Herzlich Willkommen zu unserer siebten Lektion aus dem Jakobusbrief. Wir haben heute das Thema, die Zunge zu zähmen und eines, wenn man so will, ganz wichtigen Themen des christlichen Wandels, zu wissen, wie man redet und nicht redet. Aber bevor wir uns diesem Thema zuwenden, ist es wichtig, dass wir verstehen, worum geht es im Jakobusbrief. Im Jakobusbrief geht es um eine Vorbereitung eines Volkes, um das Kommen Christi zu erleben. Es geht um die Vorbereitung von Menschen, die in den letzten Tagen dieser Welt leben sollen, damit sie die Erstlingsfrucht sind. Und da in diesen Tagen vor der Wiederkunft Jesu das Wirrwarr den Christen so groß ist und im Christentum so groß ist, da versucht Gott mit dem Senden dieses Briefes eine Klarheit, einen Weg uns zu geben, auf den wir gehen sollen. Und das zentrale Thema dieses Buches ist der Glaube. Es geht darum, wie wirkt er sich aus, wie funktioniert er. Und es ist auch nur durch den Glauben möglich, seine Zunge zu zähmen. Es gibt kein anderes Mittel, außer der wahre Glaube. Er wird sich beweisen in der Art und Weise, wie wir sprechen, wie der Ton der Sprache ist, wie wir dabei uns verhalten, das wird der Ausdruck sein, dessen, ob der Glaube richtig oder falsch ist. Wir haben angefangen, ab Kapitel 2 zu sehen, dass der wahre Glaube nicht die Person ansieht und es nicht akzeptabel ist, dass jemand, der wahrhaft gläubig ist, die Person ansieht. Dieses Thema haben wir damals ausführlich besprochen. Es ist wichtig, dass wir in diesem Brief immer den Überblick sehen, was kann und macht der wahre Glaube. Der wahre Glaube hat im ersten Kapitel die Geduld erwirkt und die Geduld erwirkt die völlige Reifung. Und der Glaube ist das Mittel, wodurch all diese Dinge erreicht werden. Und so ist der Glaube zunächst nicht parteiisch, weil der, der parteiisch ist, der die Person ansieht, der sündigt gegen Gottes Gesetz. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass der Glaube einen unsichtbaren und einen sichtbaren Teil hat, genauso wie der Mensch aufgebaut ist von Geist und Körper. Der Geist ist unsichtbar, der Körper ist sichtbar. Am Körper sehen wir, dass der Glaube, dass der Mensch lebendig ist, ist der Geist weg, ist der Mensch tot. Genauso sieht man an den Werken des Menschen, ob er wahrhaft gläubig ist, ob er den richtigen Glauben hat oder ob er nur einen unsichtbaren Glauben hat. Und wir haben gesehen, dass die größte oder die heute wirkungsvollste Masche des Bösen damit geht, dass er getrennt hat das Sichtbare von dem Unsichtbaren. Und er meint, das Unsichtbare reicht aus. Es reicht aus, dass jemand bekennt Jesus als Erlöser, damit er errettet wird. Aber so wie der Geist auch ohne Körper nichts ist, so ist auch dieser Glaube ohne die Sichtbarwerden dessen durch die Taten des Menschen nicht möglich. Reell und nicht richtig. So der heute falsche Glaube, der nicht rettende Glaube hat, ist auch ein Glaube, ganz klar. Aber er macht nicht etwas äußerlich Wirkungsvolles am Menschen. Er vollzieht keine Umwandlung des Charakters. Man kann in Gemeinden gehen, man kann Menschen treffen, die kannte man vor 20 Jahren und jetzt trifft man sie wieder und man erkennt, sie sind immer noch an derselben Sache. Ihre Art des Ausdrucks, ihre Sprache, ihre Witze, ihre Unernsthaftigkeit ist immer noch dieselbe. Aber sie denken, ihr Glaube wird sie retten. Und das ist so wichtig, dass wir verstehen, der rettende Glaube ist sichtbar. Er ist erkennbar. So wie der rettende Glaube im Leben Jesu sichtbar und erkennbar war. So wie Jesus sagen konnte, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. So wie sein Vorbild ein sichtbares Vorbild war. Genauso ist es auch im Christen. Und das ist entscheidend, dass wir das verstehen. Es ist nicht möglich, dass ein rettender Glaube nicht sichtbar wird in den Werken. Deshalb will ich kurz zurückkommen zu der Schrift, wie der Jakobus vom Heiligen Geist geleitet uns das erklärt. Er sagt hier, da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken. Und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist. Das heißt, er ist nicht existent. Wir haben gesehen, dass der Glaube auch beim Schecher am Kreuz sichtbar wurde. Er wurde sichtbar durch seine Sprache, durch sein Bekenntnis, durch seine Haltung, durch seine Demut. All das war die Auswirkung seines Glaubens. Wurde nicht Abraham, unser Vater, wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaac auf dem Altar drarbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Er wird zu dem, was er sein soll, nämlich er macht etwas lebendig. Und so erfüllt sich die Schrift. Die Schrift spricht Abraham, aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet, und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Nein, ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, dass sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ. Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Es ist entscheidend, dass wir hier verstehen, dieses Bild, diese Klarheit. Es gibt keinen Widerspruch zwischen Glauben und Werken. Es gibt keinen Sinn zu denken, die unsichtbare Idee, der unsichtbare Glauben, weil es etwas Geistiges mag, uns retten, wenn er keine Werke bringt. Und Jakobus zitiert die Heilige Schrift und sagt, Abraham wurde gerechtfertigt durch den Glauben und sagt dabei, es waren die Werke, die das bewiesen. Und das ist wichtig, dass wir sehen. Und er bringt die Opferung des Isaac. Wann war die Opferung des Isaac? War sie am Anfang seines Lebens oder am Ende seines Lebens? War es Abrahams erste oder letzte Glaubensprüfung? Und wir erkennen und wissen, dass es des Abrahams letzte, der größte Glaubensprüfung war, seinen Sohn darzubringen. Hat Gott es nötig, dass er weiß, weiß er nicht, was in unserem Herzen ist? Weil die Schrift sagt, dass der Engel oder Gott von oben dann sprach und sagt, Abraham, jetzt weiß ich, dass du mir nichts vorenthältst, jetzt weiß ich, dass du mir treu und gehorsam bist. Wusstest du es davor nicht? Doch natürlich. Aber die anderen wussten es nicht. Die himmlischen Welten wussten es nicht. Es musste der Glaube durch eine Tat offenbart werden. Deshalb musste der Abel eine Tat tun, ein Opfer bringen, der kein Tat ist auch, aber er tat was Falsches. So, lasst uns da klar sein, die Tat beweist, ob der Glaube richtig oder falsch ist. Weil nur die Tat macht das sichtbar, was wir meinen zu glauben, was aber geistig ist und unsichtbar. So, wir sind nicht erlöst in einem Augenblick. Wir sind nicht erlöst und befreit aus dem Gefängnis der Sünde in einer Minute oder Sekunde. Wir sind nur neu geboren in einem Augenblick. Wir sind aber dann noch nicht fertig und reif. Und Christus, als er mit den Juden, die an ihn sprachen, die an ihn glaubten, sprach, in Johannes 8, machte dort deutlich, als er zu ihnen sagte, Wenn ihr, am Vers 31, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und diese glaubten an ihn und er sagt, wenn ihr beharrt in dem Wort, dass ihr es tut, weil in meinen Worten bleiben, heißt die Worte tun. Dann werdet ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Aber jetzt sagt der gläubige Christ, er ist frei. Der gläubige Christ kommt und sagt, ich bin frei, ich bin erlöst, mir alles ist in Ordnung. Und Jesus sagt, als Antwort auf die Juden, die sagten, sie sind frei, sagt er zu ihnen. Jesus antwortete ihnen, Vers 35, wahrlich, weil ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist Knecht der Sünde. Das bedeutet, dass jeder, der sündigt, noch nicht frei ist. Jesus ist deutlich, dass die Erlösung ein Prozess ist. Das Sterben des Ichs ist nicht etwas, was in seiner Gesamtheit plötzlich passiert, sondern Tag für Tag, das Neue, das, was uns gestern betrogen hat, muss heute gekreuzigt werden, bis wir völlig rein sind, bis die Sünde uns nicht mehr betrügen kann. Das ist ein Prozess. Und bis er nicht abgeschlossen ist, sind wir nicht freie, bis dann sind wir Gefangene, nur teilweise frei. Deshalb ist der Grundsatz, den wir verstehen müssen, ein Prozess. Bis die Erlösung ist nicht abgeschlossen, bis wir nicht entweder unsere Augen geschlossen haben oder und ins Grab sinken oder bis wir versiegelt werden an den Stirnen. Dann ist das Werk abgeschlossen der Erlösung. Dann sind wir reif, dann sind wir reif zur Ernte. Aber nur dann. Deshalb ist es nie richtig, zu sagen, ich bin erlöst. Mir, ich bin angekommen. Ja, ich bin neu geboren. Ich bin in Christus. Und ich wachse in Christus. Aber weiß ich, ob ich morgen treu sein werde? Weiß ich, ob nicht der Böse mit ausgeklügelten Schlauheit mich doch zum Sündigen führt. Deshalb muss ich ständig wachsam sein. Nicht vertrauen auf mich selbst, sondern dahin kommen, dass ich Gott vertraue. Und das Werk der Erlösung auch als Prozess sehe. Wisst ihr, hier ist Geduld notwendig. Hier brauchen wir Geduld. Wir können nicht umgewandelt. Wir können nicht ein Reifungsprozess durchgehen ohne Zeit. Ja, ich möchte so gern, dass meine Zunge nichts mehr Böses sagt. Ich möchte, dass meine Zunge nie mehr sarkastisch ist, kein unnützes Wort mehr herausbringt. Aber ich bin noch nicht dort. Ich werde verführt. Ich werde zornig, obwohl vieles im Zorn weg ist. Aber es sind immer noch Dinge, die da sind, die ich nicht kenne, die mich betrügen. Bin ich deshalb verzweifelt? Nein, ich akzeptiere, dass der Weg der Erlösung ein Weg ist. Er ist nicht das Werk eines Augenblickes. Erlösung ist ein Weg. Ellen White beschreibt ihn. Es ist ein Weg, wo man anfängt zu gehen mit Wagen und Pferden, wo man alle seine Sachen mitnimmt. Und es ist ein Weg, der immer schmaler wirkt, während der Glaube immer größer wird. Und am Ende bleibt der Weg weg und ich habe nur noch den Glauben. Am Ende, wenn wir versiegelt sein werden, die uns Gott vorbereitet für die Zeit der Trübsal, sie werden auf nichts mehr sich stützen können. Sie haben null Weg unter den Füßen, null Selbstvertrauen. Sie haben jetzt nur noch Gottvertrauen. Der Glaube, an dem sie hängen, ist aber dick geworden wie ein Menschenleib. Das ist ein Prozess. Das ist nicht die Tat eines Augenblickes. Deshalb bin ich nicht entmutigt, wenn ich falle. Und ich falle mannigfaltig. Auch der Jakobus sagt, wir fallen mannigfaltig. Aber wir entmutigen uns nicht, weil wir haben verstanden, ich muss nicht heute vollkommen sein. Ich muss heute den Weg gehen, die Schritte tun, die mich diesem Ziel näher bringen. Aber ich kann und soll nicht mich entmutigen und auch mich fürchten. Ich werde nicht fertig, bis Jesus kommt. Ich muss wissen, es ist ein Prozess. In diesem Prozess ist der Meister, der dir die Dinge leitet. Und ich lasse mich lenken. Ich arbeite mit. Und er wird das Werk eines Tages abschließen. Und wir werden es nicht bewusst wahrnehmen und je sagen können, ich bin heilig, ich bin vollkommen. Wir sehen uns ja als die größten Sünde an. Wir sehen unser Ich. Je mehr es uns offenbart wird, erkennen wir, wer wir sind. Und so stärker sehen wir unsere Unwürdigkeit der Erlösung. Je stärker sind wir demütig, weil wir sehen, wer wir sind und woher uns Christus rausholt. Wir haben nämlich in unserer Blindheit, sehen wir uns ja nicht. Aber wenn Gott uns einen Schritt nach dem anderen unser böses Herz offenbart, unsere schlimmen Sachen, die da drin sind und wir, sie sagen, okay, das muss weg, das muss sterben. Eines Tages haben wir einen völligen Blick über uns selbst und wir werden sagen, mei, ich bin verdorben durch und durch. Aber habe ich es gekreuzigt und weiß ich, dass ich allein durch die Gnade Gottes lebe, allein durch die Gnade Gottes die Erkenntnis über mich habe und habe das neue Auge bekommen und lebe durch die Gnade Gottes, durch den Heiligen Geist, dann ist das Ganze, dann werde ich nie stolz sein, ich werde nie auf mich blicken und werde sagen, oh, ich habe es geschafft. Nein, wir werden das Urteil Gott überlassen, aber wir werden durch den Glauben leben. Das ist Glaube, ich lebe durch den Glauben, ich lebe in der Hoffnung, dass Gott es vollbringen wird, das Werk. Und ich lasse mich da nicht abbringen durch mein Versagen, ich lasse mich nicht abbringen durch meinen Fall, sondern ich stehe wieder auf und renne weiter in dem Glauben, dass Gott es schaffen wird. Nicht, dass ich auf mich schaue, sondern dass ich auf ihn schaue, den Anfänger und Vollender meines Glaubens. Und jetzt kommt in unserer Betrachtung, in unserem nächsten Kapitel, geht es weiter um den Glauben. Er kommt jetzt an eine Wurzel, eine Wurzel in unserem Leben, die uns bewusst macht, was in uns ist, und das ist die Zunge. Und sie kann auch nicht durch den Glauben gezähmt werden. Sie ist nicht fähig, gezähmt zu werden von einem Menschen. Vielleicht lesen wir das, um nicht aus unseren eigenen Worten es zu sagen. Kapitel 3, Abvers 1 So, heutzutage will vielleicht jeder gern Lehrer sein oder jeder belehrt den einen oder den anderen. Man will über den anderen dominieren und will ihm zeigen, welches der Weg ist. Es ist gut, ein Lehrer zu sein, aber man sollte sich nicht selber in dieser Berufung sehen, sondern man sollte sich von Gott rufen lassen, weil während das Lehren eine wunderbare Sache ist, hat sie auch eine große Verantwortung. Und diese große Verantwortung können wir nur durch den Glauben tragen, aber sie hat auch eine große Belöhnung. Die Lehre, sagt der Daniel 12, Vers 3, werden leuchten wie der Himmelsglanz. Sie sind nämlich die Sprachrohre Gottes. Aber der Jakobus sagt, versucht euch nicht nach vorne zu drücken und andere zu belehren, sondern haltet euch lieber zurück und wartet, weil, sagt er, denn wir alle verfehlen uns vielfach. So Jakobus ist sich bewusst des Prozesses. Wir alle sind vielfach im Verfehlen. Und der Hebräer, Kapitel 12, Vers 1, sagt es genauso, indem er uns ermahnt, das aufzuhören. Er sagt so, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lassen uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstreckt. Das heißt, auch der Paulus, der den Hebräerbrief schreibt, der Geist Gottes weiß von diesem Prozess und er sagt, es ist so leicht, in Sünde zu fallen, wenn wir nicht aufpassen, so lasst uns aber ablegen alles, was eine Last ist und die Sünde, die uns so leicht umstreckt, und lasst uns mit Ausdauer, mit Geduld laufen in dem Kampf, der von uns liegt. Ja, es ist ein Kampf, in dem wir stehen, ein Kampf auf dem Weg zur Reifung, ein Kampf auf dem Weg, so zu schauen, so anzukommen wie Christus, in dem wir hinanschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der von ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achte doch auf ihn, der solche Widerspruch von den Sünden gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. So, wir schauen auf Christus, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. So, das ist ein Kampf, das ist ein Weg und unterwegs fallen wir vielfältig. Einweid sagt in dem schönen Büchlein, Schritte zu Jesus, Wir werden noch häufig unsere Sünden bekennen müssen, wenn wir als Christen zu Gott kommen. Wir werden noch häufig weinen an dem Fuße des Kreuzes und bekennen unsere Sünden. So, wir sind uns klar, wir sind unterwegs, wir wollen das Ziel erreichen. Aber auf dem Weg, das Ziel zu erreichen, in diesem Kampf, wo uns die Sünde leicht umstreckt, wollen wir Sieger sein und aufschauen auf den Anfängen und Vollendern unseres Glaubens, der sich nicht entmutigen ließ, der nie viel und der auch uns eines Tages zum nie mehr Fallen bringen wird. Ich lese weiter im Jakobusbrief, denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. So, jetzt kommt er zu dem Endpunkt. Ja, wir verfehlen uns mannigfaltig, aber wenn jemand dahin kommt, sich in keinem Wort mehr zu verfehlen, ist er am Ziel angekommen. Er ist vollkommen. Deshalb haben die 144.000 das Merkmal, es wird ihnen gesagt, kein Falsch wurde auf ihren Lippen gefunden. Und wir haben letztes Mal gesehen, wie der Christ zu Gott kommt mit unreinen Lippen, wie der Paulus das beschreibt, ein Römer Kapitel 3. So, das ist alles weg, das hat sich verändert, unterwegs, auf diesem Weg nach vorne. Und wir sollen rennen in den Kampf, wir sollen beständig sein im Kampf und wir sollen es bereuen, wann auch immer wir in Sünde fallen und der Böse uns betrogen hat und unser Auge uns ebenfalls betrogen hat. So, lasst uns weiterlesen. Siehe, den Pferden legen wir die Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen und so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben. Sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmet sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und sie ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen. Das unbändige Übel volltödlichen Giftes. Mit ihr loben wir Gott den Vater, mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund gehen Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor. Kann auch meine Brüder ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen, so kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Wer ist weise und verständig unter euch, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Das heißt, ihr seht, die Zunge ist ein Werk. Das Wort, das wir sagen oder auch nicht sagen, ist eine Tat und beweist unseren Glauben. So wichtig ist zu sehen, der Jakobus sagt, die Zunge ist ein kleines Glied. Und man könnte sagen, sie ist ein kleines Glied am Menschen. Und sie ist auch das, was vielleicht im Leben des Menschen am häufigsten vorkommt. Weil die Zunge brauchen wir zum Reden, zum Essen. Sie ist einfach wichtig. Und man kann mit einem Wort so große Dinge tun und so vieles gut machen und auch so vieles zerstören. So ein Lehrer, einer, der gerufen ist, von Gott ein Vorbild zu sein, muss seine Zunge bewusst zähmen und sie bewusst unter seiner Kontrolle haben. Und deshalb wollen wir schauen, was unser Heiland von der Zunge sagt. Er, der uns geschaffen hat, wie spricht er davon, wenn er spricht von der Zunge? Woher wird sie gelenkt? Woher ist sie sozusagen gesteuert? Weil die Zunge steuert nicht. Sie wird gesteuert. Und so, wie sie gesteuert wird, so steuert der ganze Leib oder das Schiff. Aber die Zunge ist nicht das Steuerruder. Die Zunge ist nicht der Steuermann, wenn man so will. Sie ist nur das Mittel, womit man steuert. In Matthäus, Kapitel 12, Abvers 33, lesen wir. Entweder pflanzt einen guten Baum, so wird die Frucht gut. Oder pflanzt einen schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor, und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt, und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. So, was ist der, die Entscheidung im Gericht, sind es der unsichtbare Glaube, oder sind es die sichtbaren Werke? Ja, das Herz des Menschen ist unsichtbar, aber die Worte, die er spricht, die sind sichtbar. So, wir wollen das ein wenig aufzeichnen. Und ich nehme das, was, wenn der Geist, was der Geist ist, dann hat der Geist eine Zentrale, von wo er quasi steuert. Er hat eine Zentrale, von wo er alles tut. Und diese Zentrale ist das Herz, und das Herz hat eben diese Wurzel, aus dem alle Taten kommen, die wir haben. Alle Taten, die wir haben, kommen aus dem Herzen, sie kommen aus dem Auge. Entweder es ist ein gutes Auge oder ein böses Auge da. So, es ist also wichtig, dass wir verstehen, dass wir, dass die Zunge, wenn ich sie jetzt mal hier oben male, aber ich kann sie nicht wirklich malen, aber machen wir mal so, das ist die Zunge. So, die Zunge wird gelenkt vom Herzen, sie wird gelenkt vom Auge. Sie sagt das, was im Herzen ist. Und jetzt ist das Herz, wie Jesus sagt, böse. Kann die Zunge je etwas Gutes herausbringen? Kann die Zunge je das tun, was besser ist? So, es ist also unmöglich, laut Christus, aus einem bösen Auge, aus einem bösen Herzen, aus dem Schatz, aus der Wurzel des Lebens, aus dem alle Taten quillen, etwas Gutes zu tun. Deshalb kann niemand, der ein böses Herz hat, etwas Gutes tun. Er muss also durch die Neugeburt ein neues Herz bekommen. Etwas im bösen Herzen muss absterben. Wenn wir jetzt hier nehmen, wenn bei der Neugeburt das hier neu wird, das Alte wird abgetötet und jetzt habe ich die Möglichkeit, aus diesem Herzen meine Zunge zu steuern. Damit würde das, was aus meiner Zunge rauskommt, gut sein, und zwar alles. Alles, was aus dem Heiligen Geist, aus Gott getan wird, ist gut und kann nicht schlecht sein. So ist die Zunge eine Offenbarung, aus welcher Motivation, aus welcher Quelle wir sprechen. Es ist entscheidend zu verstehen, dass dieses neue Auge, diese Gegenwart des Geistes in unserem Herzen nur schrittweise vorangehen kann, damit wir einnehmen, das böse Auge, bis es endlich weg ist. Deshalb ist erst, wenn wir vollkommen sind, wenn Gottes Geist uns völlig das Alte getötet hat, dann haben wir eine vollkommene Zunge. Aber wir können entweder aus dem einen oder aus dem anderen sprechen. Und so sagt die Schrift durch den Jakobus, ihr liebe Brüder, auf der einen Seite redet ihr und lobt Gott und seid so glücklich darüber, dass ihr Gott habt. Und auf der anderen Seite verflucht ihr die Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Und das Erstaunliche ist, der Mensch gibt sich dieser Zwiespältigkeit nicht einmal, wird sich nicht einmal bewusst. Er meint, das ist so ganz okay. Aber er sagt hier ganz deutlich, das soll nicht so sein, meine Brüder. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das ist nicht möglich. Das können wir zwar tun unterwegs, aber in der Vollkommenheit geht aus dem Munde des Gerechten nur noch das Richtige hervor. So, wie können wir die Zunge zähmen? Es ist nur durch die Veränderung des Herzens. Und die Veränderung des Herzens ist eine Aufgabe des Geistes Gottes und ist eine Zusammenarbeit zwischen Gott und mir. Und an der Zunge kann ich erkennen, was in meinem Herzen ist. An dem Ton meiner Stimme kann ich erkennen, bin ich in Christus oder habe ich jetzt aus meinem Ich heraus geredet? Was wurde provoziert? Was kommt hervor? Zeigt, was in meinem Herzen ist. Und Jesus und auch Jakobus sprechen von einer Endgültigkeit. Sie sagen, jeder bringt aus dem Schatz seines Herzens die Dinge hervor. Und die Zunge ist der Ausdruck des Herzens. Deshalb muss das Herz rein sein, dann ist die Zunge rein. Weil die Zunge ist nur das Ergebnis dessen, was im Herzen ist. Sie hat keine Steuerung. Das, was wir sagen, das kommt, hat einen Ursprung. Und es kann nur aus dem Herzen kommen. Dort treffen wir die Entscheidung. Dort haben wir die Motivation. Dort ist die Quelle unseres Lebens. Und schöpfen wir aus der richtigen Quelle, dann ist unsere Sprache fein und deutlich. Und schöpfen wir aus der falschen Quelle, dann ist unsere Sprache schlimm und sie verrät uns. So, lasst uns das nochmal ein bisschen praktisch machen. Was sind nach Jesus unnütze Worte? Was sind Worte, die uns im Gericht verdammen werden, wenn wir sie beibehalten? Wir verwechseln Freude manchmal mit Humor. Und wir verwechseln Witze mit etwas Gutem. Ich war vor meiner Wiedergeburt, wenn ich so sage, vor meiner erneuten Taufe, einer erneuten Bekehrung, nicht Taufe. Ich habe mich mit 16 taufen lassen und sie war eine Ehrliche. Gott hat mich noch nie dazu ermahnt, ich soll mich wieder taufen lassen. So werde ich das auch so beibehalten. Wenn ich ein bisschen 20 Jahre durch die Wüste gewandert bin, dadurch ist meine Taufe nicht ungültig geworden. Und so mit meiner, nach meiner erneuten Bekehrung, bevor dieser war ich eine ein Witze reißender Mensch. Und ich bin so glücklich nach nach der Bekehrung. Man hat ja immer so ein Wort auf dem Munde. Man hat für alles einen Kommentar. Man hat für alles etwas, was man ansagen kann. Und bin so dankbar, dass man merkt, wenn die Geist Gottes in einem ist, dass bevor man es noch sagt, wird man davor gewarnt. Oh, hätte ich immer gehört, auf diese Warnungen wäre es sehr gut gewesen. Aber ich bin dabei, es zu lernen. Ich möchte keine Witze machen. Ich möchte, dass nichts Unnützes aus meinem Munde herauskommt, weil dann ist es in meinem Herzen dieses Unnütze Ding. Und was Unnütz ist, ist nicht gut. Das gehört verbrannt zu werden, das gehört vernichtet zu werden. Nur das, was nützlich ist, ist das, was bleibt im Gericht. So Witze, Schreien, Sarkasmus, jemanden über den Arm nehmen, über den Fuß, wie auch immer man das ausdrückt, jemanden belächeln, jemanden demütigen durch eine gewisse Art und Weise ist Sönder. Zeigt es ich über den Anderen bestimme und herrsche. Ich hatte das mal passiert auf einer Jugendveranstaltung und ich hatte dort eine Ansprache, also auch ein Seminar und da war einer der Jungs, der war immer sehr lässig gekleidet und als ich dann irgendwann mal im Seminar sah und nach ihm fragte, war er plötzlich anders gekleidet und ich habe ihn nicht sofort erkannt und da entfielen mir ganz in der Öffentlichkeit einige ja herabwürdigende Worte ich wollte nicht wirklich ihn herabwürdigen und den Kontrast das ich ihn jetzt nicht mehr erkenne zeigen ich hatte eine gute Absicht und dennoch mein Herz wollte einfach über ihn dominieren und sagen schau du kannst dich auch gut anziehen warum ziehst du dich nicht immer so gut an das war letztendlich das was ich ihm sagen wollte aber ich tat es aus meinem ich heraus aus meinem bösen Herzen und ich gab mir Rechenschaft und ich bin dankbar dass Gott mir dann in der zweiten Stunde mir die Möglichkeit gab es auch öffentlich dann aber nicht richtig war weil ich hatte es in der Öffentlichkeit getan leichtfertiges reden ist nicht eine ein Ausdruck eines veränderten Menschen zornige schneidende Worte sind nicht Ausdruck eines gereinigten Herzens wenn wir dann wenn wir mit Menschen reden wir nicht in der äußersten Vorsicht sind wie wir reden werden wir in ihnen schlimmeres erzeugen und ein schlimmer Einfluss sein anstelle eines guten so unnütze Worte Witze Theater spielen gewisse Dinge vorgeben die man nicht ist das ist aus dem bösen Herzen heraus anschuldigen anklagen ja jeder Streit ist ein ein Resultat des bösen Herzens ein Resultat des bösen Herzens deshalb gebe ich mir Rechenschaft wenn ich falsche Worte sage oder gebe ich es mir nicht gebe ich mir Rechenschaft über den Ton meiner meiner Sprache oder gebe ich mir nicht es ist also wichtig dass wir Gott bitten dass er uns offenbart anhand unseres Tuns dass wir anhand unseres Tuns erkennen woraus wir gehandelt haben unsere Stimme unsere Worte verraten uns wir sind gerufen zu lehren wir sind gerufen zu ermahnen wir sind gerufen Menschen zu ziehen zu unserem himmlischen Vater aber die Art und Weise wie wir es tun ist entscheidend ob Erfolg da ist ob es das andere Herz beeindrucken wird und als Angebot und als Liebe ist oder ist es als Forderung und als Druckmittel aus meinem bösen Herzen dafür brauchen wir Wachsamkeit und man kann sich wenn man will helfen indem man sagt okay Herr erinnere mich was ich sage deshalb ist die Selbstprüfung jeden Morgen von dem was wir gestern getan haben so wichtig dass wir sehen welche Worte der Geist Gottes bringt uns dann die Worte schon in Sinn die nicht aus ihm kamen die wir aus der bösen Quelle geäußert haben so dass wir das Loch dort auch schließen und es erneuern durch die Gegenwart des gesunden Auges durch die Gegenwart des Geistes so wir wollen lernen uns bewusst werden was wir tun das kostet Übung das kostet Arbeit das ist ein Kampf so lasst uns doch Entscheidungen treffen in unserem Leben wir wollen nie mehr einen Witz sagen wir wollen nie mehr wir wollen auch keine Freude empfinden an einem Witz wir wollen nie mehr einen sogenannten Humor ausdrücken der kein Humor ist der Sünde ist wir wollen uns vornehmen dass Gott uns hilft nie mehr ein herabschätzendes Wort das ja kommt aus einem herabschätzenden Gedanken tun so wir müssen diese Dinge uns vor Augen zuerst führen wir müssen unseren Willen zuerst klar wissen das wollen wir nie mehr tun bevor Gott das dann in uns auch erreichen kann wenn ich in meinem Willen nicht zuerst will das Gute tun dann kann mir Gott nicht helfen deshalb muss ich gewonnen werden zu dem sag ich mal gläubigen Lebensstil zu einem Stil der vernünftigen Worte der die aus der Weisheit kommen ihr sollt wissen der der Text ist zusammenhängend auch wenn man meint jetzt im nächsten Abschnitt spricht er über die Weisheit nein er spricht immer noch über die Zunge weil er sagt hier ab Vers 13 wer ist weise und verständig unter euch der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in sanftmütig da es aus der Weisheit kommt und er sagt wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in euren Herzen habt so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit so es geht immer noch ums Reden es geht immer noch um die Wurzel im Herzen rühmt euch nicht wenn ihr Neid und Selbst und ein Herzen habt so lügt euch nicht an dass ihr die Erlöste seid weil die Wahrheit verdammt euch ihr seid nicht im Gesamten in der Wahrheit vielleicht unterwegs das ist nicht die Weisheit die von oben kommt sondern irdische seelische dämonische wir alle meinen Streit wir brauchen eine Streitkultur wir alle meinen dass Streit und zusammen Reden und Argumente führen und sind göttlich nein auch als die Apostel stritten war es kein göttlicher Streit und er musste behoben werden durch die durch das eingreifen Gottes und es musste wieder Frieden entstehen wir werden das in der nächsten Stunde dann tiefer anbetrachten mit Gottes Hilfe denn das ist nicht die Weisheit die von oben kommt sondern irdische seelische dämonische denn wo Neid und Selbstsucht ist da ist Unordnung und jede Böse Tat so der der Schreiber ist sich bewusst der Quelle allen Übels er beschreibt die Zunge als Glied aber er beschreibt jetzt woher die die Doppelzüngigkeit hervorkommt sie kommt hervor dass wir Neid und Selbstsucht Neid und Selbstsucht in uns haben das mit anderen Stolz und Egoismus wir wollen über andere herrschen und streiten und wir wollen es ja nicht zum Schlechten tun wir korrigieren ja die andere weil wir ihnen das Gute wollen wir haben keine Ahnung wie böse wir sind wenn wir andere korrigieren wir haben keine Ahnung wie groß der Balken in unseren eigenen Augen ist und wenn Gott sich unseren nicht erbarmt uns zu erleuchten dann dann sehen wir es nicht und meinen wir sind gerecht weil wir sehen es richtig und wir müssen jetzt ermahnen meine lieben der Jakobus ist klar die Weisheit von oben aber ist erstens rein so dann friedfertig gütig sie lässt sich etwas sagen ist voll barmherzigkeit und guter früchte unparteiisch erzählt sich jetzt alle auf was der Glaube macht und frei von heuchelreich die frucht der gerechtigkeit aber wird in frieden denen gesät die frieden stiften und dann gehen wir in Kapitel 4 und dann sehen wir da kommt und der beschreibt er dann den zustand der gemeinde heute der beschreibt er den zustand der streitereien jeder der streitet mit seinem bruder hat ein böses herz der streit ist der ausdruck meiner selbstsucht meines neides meiner herrschsucht über andere deshalb werden von der zunge von dem munde eines vollkommenen christen keine streitworte keine provokationen keine widersprüche kommen wir werden debattiert debattiert sie wurde gemacht dass man etwas lernt sie wurde gemacht nicht dass man seine meinung äußert sondern man in aller demut und sanftmut sich fragt was was hat hat mich dieses wort gelehrt in dieser woche das gespräch ist nicht der sinn der bibelschule und der sabbatschule das gespräch ist es nicht der sinn sondern es ist der inhalt und die lernfähigkeit sind wir weise oder diskutieren wir einfach und der eine sagt aber da muss ich dir widersprechen aber das ist anders das ist die offenbarung einer zunge die von der hölle angezündet ist nicht von einer zunge die aus dem himmel kommt wir haben einen streit und es ist ja erstaunlich sind ja immer die besser gläubigen die mit den schwächer gläubigen meistens streiten sicherlich streiten die anderen auch sag ich jetzt mal die sogenannten liberalen wie man sie nennt ich hasse diese zwei wörter aber dass ich versteht was ich meine es ist sehr häufig der besser gläubige der den anderen korrigieren will und merkt nicht dass er in derselben masche liegt wie der andere wir haben ja jetzt einen streit angehen ob man die frau als ältesten oder als als prediger einsegnen soll und darf ob das göttlich ist oder nicht göttlich und wir streiten ich sag jetzt mal sinnlos in dieser sache wir streiten in einer falschen art und weise es sollte kein streit unter uns sein wir sollten verstehen und die dinge erledigen aber wir sollten nicht streiten und debattieren wir sollten prüfen und uns vor gott kommen aber wie geht sieht ein streit aus jeder hat seine meinung jeder bringt seine bibeltexte jeder bringt seine argumentationen und beide sind falsch weil es geht heute nicht darum es geht heute darum sind wir im charakter richtig dran sind wir auf dem weg zur erlösung oder wollen wir uns hier niederlassen mit administrativen dingen sagen wir der patient stirbt und wir fragen uns wer muss ihn behandeln eine frau oder ein man wir gehen an die dinge ran mit ich sag es mal so viel blindheit und bis wir uns entschieden haben dann stirbt der patient ist das dann sinn der sache wir müssen uns doch besinnen weshalb wir in dieser welt sind wir sind in dieser welt um etwas zu tun und jede funktion sollte eine fördernde sein aber wenn wir die funktion ohne inhalt haben wenn wir nicht wissen worum wir letztendlich leben dann sind wir auf beiden seiten falsch auch wenn die eine position vielleicht die richtige ist unser streit und unser neid beweist wir sind nicht angekommen wir sind nicht dort wo wir sein sollen deshalb lasst uns uns anhand dieses bibel wortes das so deutlich ist uns jedem streit jeder kontroverse entziehen jesus 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 hat nie diskutiert jesus hat geantwortet jesus hat nicht widersprochen jesus hat seine zunge nie benutzt weil er aus seinem herzen nur die reinheit des geistes gottes herauskam und er ist unser vorbild nach ihm sollen wir gehen wenn er in provokationen reinkam hat er nicht gestritten er hat nur gefragt wo wie steht es geschrieben am anfang war es nicht so und er hat es schön und deutlich gemacht aber er hat dem anderen die dinge gelassen wenn er sie falsch sehen will und er wusste auch dass alles was aus einem bösen herzen kommt ist böse und er hat immer acht gegeben dass nichts böses von seinen lippen kommt und das sollte unsere achtsamkeit sein das sollte unser der wunsch unseres herzens sein und lasst uns das zusammenfassen unser glaube muss unser herz verändern und wir erkennen ob das herz verändert ist an unserer zunge an unserer sprache allererst weil es geht so schnell dass wir ein wort sagen uns entfallen so schnell ein paar worte und wir machen uns dadurch kaputt so mögen wir mit ernsthaftigkeit zu gott gehen mögen wenn wir mit aller aller hingabe schreien zu gott und ihn bitten um den geist um erleuchtung um zu sehen konkret wo wir im herzen falsch liegen und dass gott uns offenbart wer wir sind dass wir an der zunge erkennen an einem spiegel unserer taten sehen wo stehe ich aus was tue ich die dinge heraus und wir entschlossen entschlossen bestrebt sind in keinster weise etwas frivoles etwas leichtsinniges etwas unnützes zu sagen lieber schweigsam zu sein besonnen weise zu reden wenn es einen sinn macht und zu schweigen dann und nicht die dinge vertauschen und wenn wir gerufen sind zu reden dann unter der völligen kontrolle dessen was wir sagen wollen deshalb nicht schnell reden nicht ja seid langsam zum reden weil wir sind schnell im reden wir müssen langsam sein weil wir müssen unsere gedanken sortieren so dass wir fein und deutlich ausdrücken was der geist gottes uns hilft zu sagen so lasst uns das mit allem herzen vornehmen und ein herz haben aus dessen mund nur noch die göttliche weisheit die göttliche liebe und gnade hervorkommt das ist mein ziel für mich in meinem leben meine zunge offenbart mir wer ich bin aus woher ich gesprochen habe und ich möchte dass meine zunge ein feuer anzündet aber nicht eines von der hölle angezündet sondern eines von der liebe gottes angezündet das feuer ist und menschen zu christus bringt aber nicht eine zunge haben die streitet die sich erhebt die befiehlt sondern eine zunge die einlädt eine die offenbart die schönheit des charakters gottes in meinem leben eine zunge die leben zum leben bringt und nicht ein tödliches gift ist wie sehr wünsche ich mir diese zunge und ich bin entschlossen zu kämpfen bis aufs blut damit mein herz gegen die sünde siegt und es völlig wird mit einer edlen feinen sprache die aus dem munde aus dem herzen gottes hervorkommt möchte die sprache des himmels sprechen oh ich bin noch weit davon aber ich werde mit durch den glauben es erlangen und ich hoffe du willst es auch ich hoffe du schreibst es dir auf die tafeln deines herzens dass aus deinem munde dass du dass dich gott erinnert dass du dich prüfst und aus deinem munde nichts mehr böses kommt eines tages dazu helfe uns gott und hat es verheißen und er wird es auch tun amen es ist es es hat es hier es es hat es 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 hat